Bitcoin ist going to the moon, as we say, it's going to the moon. I want America to be the nation that leads the way and that's what's going to happen. No, you're going to be very happy with me. You're going to be so happy. And inwieweit die Präsidentschaftswahl eventuell auch den Ripple-Fall beenden könnte. Ich zeige euch gleich mal, wie wir in der Patreon-Gruppe aktuell den Markt mit Meme-Coins unfassbar schlagen. Also ich zeige euch mal, wie wir teilweise 10, 20x machen in den letzten Tagen. Und wir schauen uns einen Kalender-Leak an, der angeblich beweist, dass wir ein erneutes Treffen haben zwischen der SEC und Ripple. All das und vieles mehr nach dem Intro. Ja, eine geile Woche geht dem Ende entgegen. Wir haben zwar, was die Kurse unserer Lieblings-Coins da vorne betrifft, nicht allzu viel Entwicklung. Aber die eben schon angesprochenen Meme-Coin-Profite, die wir gemacht haben, hat mir oder zaubert mir nach wie vor ein richtiges Lächeln ins Gesicht. Ich werde gleich mit euch kurz darüber sprechen. Aber zunächst einmal kurzer Blick auf den Ethereum-ETF. Denn darauf waren natürlich jetzt alle Augen gerichtet. Und ich habe mir für euch eine Übersicht, die mich ein Stück weit an den Start des Bitcoin-ETFs erinnert. Grayscale spielt quasi den Gegenpol, wenn ein ETF startet. Und warum auch immer, haben sie als einzige momentan unglaubliche Mengen abverkauft. Ich denke aber auch, das wird nur zu Beginn der Fall sein und irgendwann wird sich das da auch einpendeln. Aber was man schon mal festhalten kann, der Run auf die ETH-ETFs war jetzt nicht ganz so drastisch wie der auf die Bitcoin-ETFs. Und dass wir wahrscheinlich vorerst mit keinem weiteren ETF rechnen werden dürfen, darüber sprechen wir gleich. Dazu gibt es nämlich eine Aussage von BlackRock. Aber zunächst ein kurzer Blick mal auf diese Meme-Coin-Geschichte. Patreon ist der Unterstützer-Bereich für mich. Also diejenigen, die mich unterstützen, werden Patreons, können dann eben speziellen Content genießen. Unter anderem gibt es ein paar Mal im Monat spezielle Videos, die es nur da gibt. Hin und wieder gibt es mal Livestreams oder eben auch die Möglichkeit, dass jemand direkt mit mir macht face-to-face. Und wir uns einfach mal gegenseitig kennenlernen und vielleicht mal über das ein oder andere Thema sprechen. Einige von den Leuten sind richtig tief drin an einigen Themen. So ist Huggit zum Beispiel aktuell extrem tief drin in diesem ganzen Solana-Meme-Coin-Hype. Und am Anfang habe ich das Ganze ein Stück weit belächelt und dachte, ja komm, diese Meme-Coin sind auch einfach nur pure Zockerei. Und dem ist auch so. Aber ich zeige euch mal, was hier momentan möglich ist. Und auch wenn es auf den ersten Blick abstrus aussieht, es gibt tatsächlich unfassbare Möglichkeiten in diesem Meme-Coin-Business. Wir hatten in den letzten Tagen in unserer kleinen überschaubaren Gruppe teilweise 17x, 18x. Ich glaube, der Rekord war hier bei ONG. Da sind wir hier unten irgendwo eingestiegen und haben, glaube ich, über 1000% gemacht. Ja, das heißt natürlich nicht, dass das jetzt regelmäßig passiert, dass wir jetzt hier in der 1000% machen. Ich will nur darauf hinaus. Es macht durchaus Sinn, sich immer zu vernetzen im Crypto-Space. Und das ist jetzt nur ein Vehikel, das wir aktuell wählen. Aber wenn du dich auch angesprochen fühlst und dich gern vernetzen möchtest, mit der Crypto-Elite gemeinsam den Markt schlagen möchtest, dann komm doch sehr gern bei Patreon vorbei. Wir sind in der Regel keine Trading-Gruppe, die sich nur auf sowas fokussiert. Aber wenn es gerade so wie zuletzt im Markt läuft, guckt halt jeder, wo er irgendwie bleibt. Und das gefällt mir auf jeden Fall richtig, richtig gut aus. Also komm gerne dazu, werde Teil der Gold-Gruppe, unterstütze mich und vielleicht auch dich. Link findest du hier unten in der Videobeschreibung. So, für alle, die ein bisschen mehr Geduld haben, können wir natürlich auch die nächsten Wochen und Monate einfach mal abwarten, wie sich der Markt entwickelt. Und da sieht es momentan ziemlich gut aus, denn Donald Trump hat momentan gefühlt das Crypto-Thema ganz, ganz oben auf seiner Prioritätenliste. Wir haben ja eben im Intro schon gehört, wie positiv er sich ausspricht, dass er sogar die Begrifflichkeiten wie zum Beispiel To the Moon und so weiter mit einbaut. Alles in allem muss man sagen, es ist doch eine Kehrtwende. Denn vor einigen Monaten oder vor einem Jahr ungefähr war Donald Trump noch ziemlich Anti-Bitcoin und hat gesagt, das ist kein Geld, das ist nichts und so weiter. Also man merkt halt schon, dass es gerade Wahlkampf ist und ich bin mal wirklich sehr gespannt, wie sich das Ganze denn verhält, wenn wirklich der Präsident gewählt wurde. Doch zunächst einmal hier. Passend zum heutigen Video habe ich übrigens auch diese Käppe hier auf. Bei Bitcoin, vielleicht erinnert ihr euch noch, die habe ich im ersten Jahr meines Kanals mal kreieren lassen. Ich habe hiervon noch zwei Stück gefunden. Eine würde ich gerne selber behalten und die andere, die verlose ich sehr gerne an einen Glücklichen von euch. Das ist eine sehr hochwertige Cap, richtig schön gestickt. Hinten auch nochmal Not Your Keys, Not Your Coins. Ich glaube, die wird euch gefallen. Ich lege die schon mal hier beiseite. Ja, vielleicht freut sich der eine oder andere von euch. Schreibt einfach hier unten in die Kommentare irgendwas und dann soll einer von euch die zugeschickt bekommen. Ich glaube, du wirst dich freuen. Trump versprach, einen Bitcoin- und Kryptobeirat im Weißen Haus einzurichten. Dieser werde in den ersten 100 Tagen seiner Amtzeit transparente regulatorische Leitlinien zum Nutzen der gesamten Branche entwerfen. Ein Segen für Brad Garlinghouse. Das ist ja genau das, wo lange er so nach schon sucht. Einfach nach einem vernünftigen Framework. Und Trump will das Ganze eben ziemlich schnell auch umsetzen. Schauen wir mal. Es werde Regeln geben, aber sie würden von Leuten gemacht, die ihre Branche lieben und nicht hassen, sagte Trump. Der Republikaner kündigte zudem an, 100% aller Bitcoin zu behalten, die die USA besitzen oder auch in Zukunft erwerben werden. Dies werde als Kern eines strategischen nationalen Bitcoin-Bestandes dienen. Trump sagte, er werde der Pro-Bitcoin-Präsident sein, den Amerika brauche. Die Branche hatte sich jedoch mehr versprochen, vor allem eine feste Zusage, dass BTC ein Teil der Finanzreserve der USA wird. Ja, das stimmt. Von Zukäufen hat er definitiv nicht geredet. Es geht eher darum, dass viele Bitcoin bereits in der Vergangenheit beschlagnahmt wurden von den USA. Und die sollen dann wohl auch unberührt bleiben in den Staatskassen und jetzt nicht veräußert werden. Also an sich erstmal positives Signal, aber einige hatten sich ja noch ein bisschen mehr erhofft. Aber er war nicht alleine in Nashville. Es gab auch noch weitere positive Akteure. So hat zum Beispiel hier Cynthia Loomis Folgendes gesagt. Nachdem Trump seine Rede gehalten hat, kam auch sie aus dem Bundesstaat Wyoming zur Rede. Und sie ist eine der bekanntesten Senatorin, denn sie ist so die größte Bitcoin-Befürwörterin da draußen. Sie begann ihre Rede damit, dass sie ein Geschenk für Trump hat und hielt ein Blatt hoch, auf dem stand Bitcoin Reserve Bill. Dabei handelt es sich um den Gesetzentwurf, den alle Bitcoiner sehnsüchtig erwarten. Als Grundlage für die Bitcoin Reserve sollen die konfiszierten Bitcoin dienen, die eben von der US-Regierung 2020 beschlagnahmt wurden. 215.000 an der Zahl. Loomis will noch einen Schritt weiter gehen. Über die nächsten fünf Jahre werden die United States über eine Million Bitcoin, rund 5% des globalen Angebots, erwerben. Und sie spricht also das aus, was viele von Trump eigentlich erwartet hatten, dass die USA auch aktiv nachkaufen. Und ich bin mal gespannt, wie sich das auf dem Bitcoin-Kurs auswirkt. Wenn die USA wirklich beginnen sollten mit einer Bitcoin-Reserve auf staatlicher Basis, wow. Viele Länder werden dem sicherlich folgen und von daher, das könnte natürlich eine unglaubliche Verknappung bedeuten für Bitcoin. Trump sagte außerdem noch auf der Rede oder in einem Voreinterview, dass er der Meinung ist, dass Bitcoin sogar eines Tages Gold überholen könnte im Market Cap. Wie eine ausgetauschte Person. Vor ein paar Monaten noch, das einzig wahre ist der Dollar. Und jetzt redet er über Bitcoin und dass Bitcoin sogar Gold überholt. Also, ihr merkt, langsamer besichern nimmt der Bullenmarkt wieder Fahrt auf. Es kommen richtig viele positive Neuigkeiten. Und da lassen wir uns auch nicht von solchen Hacks oder Exploits belästigen, die zuletzt bei Casper kamen. Das Casper-Network wurde angehalten. Hintergrund war ein Hack. Der Hack hat vor allem große Konten betroffen. Ins Detail sind sie noch nicht gegangen. Sie sagten, sie hätten es zu weit im Griff. Es wird aktiv gesucht, wo das Problem herkommt. Und ja, es sollen trotzdem einige davon betroffen sein. Es wird aber geschaut, wie man den Schaden idealerweise so klein wie möglich hält. Und dann wahrscheinlich auch den einen oder anderen Betroffenen entschädigt. Erinnert mich ein bisschen an die Geschichte von Bittensor vor ein, zwei Wochen. Wurde auch so ein Exploit, war da so ein Hack. Das war die Chance, taugend sich nachzukaufen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Casper ist auf jeden Fall für mich immer ein Bei wert. Und ich habe die Situation genutzt. Und jetzt, wo er so ein bisschen gedippt ist, nochmal ein bisschen nachgelegt. Also, mal gucken, wie sich Casper verhält. Bisher, glaube ich, handelt es sich um kein drastisches Problem. Dennoch natürlich extrem ärgerlich, wenn eine so bekannte Chain irgendwie gehackt wird. Und das auch noch erfolgreich wird. Aber gut, Lücke wird geschlossen. Und solange es denn wirklich nur ein paar Geschädigte sind, die vielleicht sogar entschädigt werden, gibt es vielleicht am Ende noch ein Happy End. Gucken wir uns mal ein paar News an. Mt. Gox bereitet Bitcoin-Auszahlungen vor. Seit Ewigkeiten reden wir darüber. Langsam nimmt das ganze Fahrt auf. 42.000 BTC wurden nun bewegt im Wert von knapp 3 Milliarden Dollar. Und die wurden jetzt auf eine unbekannte Adresse gesendet. Viele gehen davon aus, dass der Abverkauf bereits begonnen hat. Beziehungsweise in den nächsten Tagen und Wochen weiterlaufen wird. Ich glaube nicht, dass diese Mt. Gox-Verkäufe den Kurs nochmal drastisch nach unten schicken. Auf der anderen Seite muss man aber ganz klar sagen, sieht man schon einen gewissen Verkaufsdruck. Denn trotz der guten Neuigkeiten, die wir in den letzten Stunden haben, tut sich gänzlich wenig beim Kurs. Wir sehen auch sehr, sehr viel Volatilität. Von 68 auf 66, wieder hoch auf 68. Das Ganze gefühlt in 30 Minuten. Kann natürlich unter anderem auch damit zu tun haben. Das ist nur Spekulation. Ja, Ethereum ETFs genehmigt. Darüber hatten wir schon gesprochen. Eben uns auch die Zahlen angeschaut. Bisher in Ordnung. Nicht so wirklich krasse Zahlen. Es gab auch eher ein Sell-the-News-Event. Der Ethereum-Kurs ist auch ordentlich gedroppt. Wir sind hier knapp 7% im Minus. Also so richtig FOMO sieht anders aus. Aber ich denke, das war einfach auch schon eingepreist. Wir reden jetzt auch schon seit Monaten über einen möglichen ETH ETF. Ich denke, mittel- bis langfristig wird sich das noch ordentlich auszahlen. Aber jetzt kommen wir mal zu der Thematik, dass BlackRock weitere ETFs für unwahrscheinlich hält. Alle warten ja auf den XRP oder Solana ETF. Der Soll-ETF soll ja sogar noch dieses Jahr kommen, wurde gemunkelt. Und plötzlich kriegen wir raus, dass BlackRock generell glaubt, dass erstmal keine weiteren ETFs kommen. Warum? Der Bitcoin ETF von BlackRock ist ein voller Erfolg. Das ETH-Börsenprodukt startete diese Woche. Weitere Krypto-ETFs sollen aber nicht mehr oder soll es erstmal nicht geben. Denn die Marktkapitalisierung sei Grund dafür. Bitcoin macht allein 55% aus und Ethereum knapp 16%. Alle anderen, wie zum Beispiel Sol und B&B, liegen gerade einmal bei 3%. Und es lohnt sich einfach nicht, bei so wenig Marketcap ein extra Produkt aufzunehmen. So zumindest hier die Analogie von BlackRock. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Denn gerade die mit nicht ganz so viel Marketcap haben wahrscheinlich auch nochmal ordentlich Chance nach oben hin. Viele Anleger werden sicherlich auch Bock darauf haben, an ein Projekt zu gehen, das nicht schon eine Billion Dollar drin hat. Und dementsprechend glaube ich schon, dass früher oder später diese ETFs kommen. Ob sie denn wieder von BlackRock als allererstes rausgegeben werden, wird man sehen. Kann natürlich auch ein Poker sein. Schreibt mir gerne unten rein. Glaubt ihr, dass ein Solerner-ETF oder gar ein XRP-ETF kommen wird? Vielleicht auch erst im nächsten Jahr? Oder glaubt ihr wirklich, dass es jetzt war und finito? Also es gibt keine weiteren ETFs? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Kommen wir zum Ripple XRP-Update. Da gehen wir mal auf ein weiteres Datum ein. Ich hatte ja zuletzt, glaube ich, den 31.07. irgendwo gelesen und mit euch geteilt. Aber jetzt soll es wohl angeblich ein Leak geben. Jack the Ripple hat das rausgehauen, wo ein SEC-Mitarbeiter angeblich seinen Kalender geleakt hat. Hm, weiß ich nicht, ob ich das glauben darf, glauben will, dass ein SEC-Mitarbeiter, also jemand, der für eine Behörde arbeitet, einfach mal so seinen Kalender teilt mit der Welt. Offen gesagt könnte man sowas auch ziemlich schnell alleine erstellen. Ein paar Fältchen eintragen und einen Termin dann auch da so rauskristallisieren. Aber gut, wer weiß, vielleicht wurde der wirklich geleakt, ja, und irgendein Mitarbeiter will vielleicht für FOMO sorgen. Mir soll es recht sein, alles in einem, glaube ich, ja schon seit mehreren Wochen, dass wir kurz vor einer Entscheidung stehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber es fühlt sich so an, als wir reden hier nur noch über wenige Tage. Die Politik ist positiv gestimmt. Kamala Harris, darüber reden wir jetzt, ist ebenfalls sehr positiv gestimmt. Denn sie hat was Krasses rausgehauen. Und nachdem Trump sich jetzt so beliebt macht bezüglich Kryptowährungen, wollen natürlich auch die Demokraten irgendwie mitschwimmen auf dem Ganzen. Und haben gesagt, pass auf, auch wir wollen jetzt das Ganze neu starten. Wir wollen ein Reset. Wortwörtlich hat sie Reset gesagt. Five, eight, nine, Freunde. Auf jeden Fall hat sie Reset gesagt bezüglich der Beziehung zwischen der Regierung oder generell der demokratischen Partei und der Kryptowährungsindustrie. Und da will sie vor allem mit den großen Kryptowährungsplattformen sprechen, mit denen sie bereits Termine vereinbart haben und in den nächsten Tagen treffen will, um mit denen gemeinsam zu sprechen, wie man das Ganze am besten umkrempelt. Wie kann man es schaffen, dass die Regierung und Kryptowährungen einfach besser harmonieren. Und jetzt zieht euch rein, welche Firmen dazugehören. Coinbase, Circle und Ripple Labs. Das sind die drei, mit denen sie sich jetzt trifft, um irgendwie Pluspunkte zu sammeln für die Kryptowährungsindustrie. Und wie krass wäre es, wenn sie einfach mal dafür sorgt, dass Gary einfach den Pfeil fallen lässt und aufhört, gegen Ripple zu wettern. Dann würden vielleicht sogar die Demokraten noch den einen oder anderen Pluspunkt bekommen. Und es könnte auch in Bezug auf dieses Kryptothema nochmal richtig spannend werden. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass die Politik wahrscheinlich den Freifahrtschein geben wird für XRP. Wir kennen ja auch schon dieses Bild, wo Trump dieses XRP-Logo hochhält. Wer es am Ende macht, ist mir eigentlich ziemlich egal. Mir gefällt auf jeden Fall, dass das Narrativ komplett kippt. Dass die Regierung in Amerika dem ganzen Kryptothema immer wohlgesonnener ist. Und dass wir da wirklich momentan so ein Stück weit FOMO erleben. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die kommende Woche. Die wird, glaube ich, ziemlich, ziemlich geil. Denkt dran, in die Kommentare zu schreiben, warum ihr diese Kappe haben wollt. Ich freue mich schon, sie euch zuzusenden. Wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag. Habt euch wirklich sehr, sehr lieb, Freunde. Bleibt mir gesund und bis bald. Ciao! 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 Ciao!